Das hier ist die EK Titan, eine Armbrust die extrem leicht ist für die Kraft die dahinter steckt und auch für die Größe. Das gesamte Design hat wirklich fast kein Gewicht, aber trotzdem 200 Pfund. Treffergenauigkeit ist phänomenal und wenn du wissen willst was sie kann und ob sie auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo und Willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Schuppel Lieblingskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Titan, eine richtige, echte Armbrust. Ich meine, schau mal her, das Ding ist wirklich, das hat einiges, aber wenn du sie in der Hand hältst, dann wird es dir wahrscheinlich so gehen wie mir, nämlich dass du dich fragst, warum ist die so leicht? Also ich habe ja viele Armbrüste und habe da auch schon mit dem einen oder anderen Teil geschossen, aber das hier, das ist im Vergleich natürlich zu anderen Armbrüsten federleicht. Das kann dadurch entstehen, dass das gesamte Design so ausgelegt ist, dass überall Gewicht gespart wird, wie es nur irgendwie geht, dass die Materialien so ausgewählt werden, dass das Teil einfach leicht ist. Das heißt, es gibt hier im Lieferumfang, ist das auch standardmäßig dabei, einen Trageriemen. Ich meine, das ist die Frage, ob man das am Schießplatz wirklich braucht, aber auf jeden Fall, es geht und es ist machbar. Geliefert wird es auch mit den Pfeilen und dem Köcher und auch einem Zielfernrohr, das für diese Distanz auf jeden Fall ausreichend ist. Ich habe schon bis zu 50 Meter damit ganz einfach locker schießen können. Man kann aber auch durch die Pikardineschiene, die hier standardmäßig drauf ist, auch irgendein höherwertigeres Scope montieren, soll alles sein. Also wie gesagt, das ist einmal der eine riesige Vorteil und sie hat 200 Pfund. Ich meine, es gibt auch Armbrüste, die 210 haben oder 205 oder 195. Meiner Meinung nach ist das alles irrelevant. Ist wirklich irrelevant, denn ein paar Pfund mehr oder weniger darauf kommt es nicht an, sondern dass du damit umgehen kannst, dass du auch etwas triffst damit. Das ist das Relevante. Der Hersteller gibt an 385 LBS, nein, Feet per Second, Entschuldigung. Ja, habe ich mir versprochen, LBS sind ja die Pfund, das sind die 200. Das heißt, von der Beschleunigung her, da gibt es von EK und auch von anderen Herstellern vielleicht die eine oder andere Armbrust, die noch schneller ist, die noch mehr Beschleunigung zusammenkriegt. Feet per Second, zum Beispiel 410 Feet per Second. Ich glaube, die Hex ist das, aber das soll einmal so sein. Gut, insgesamt, also die Muster halt gefallen, also ich finde die extrem schön, aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters und du siehst überall da diese kleinen Ausnehmungen, um Gewicht zu sparen. Und auch als ich es der Manuela in die Hand gegeben habe, hat sie gesagt, naja, die ist noch immer schwer, aber eigentlich ist die extrem leicht im Vergleich zu vielen anderen Armbrüsten. Genau so ist es. Aber jetzt halte ich es mal und jetzt wollen wir ein bisschen schissi schissi, oder? Natürlich ist das jetzt eine Armbrust, die du auch händisch spannen musst. Also wenn du zum Beispiel meine Videos von Steambo gesehen hast, die Onyx zum Beispiel, oder andere Systeme, die mit Pressluft oder mit CO2 funktionieren, da habe ich leider hier eine schlechte Nachricht. Das geht hier nicht, da musst du noch mit Muskelkraft spannen. Aber das ist ganz einfach so, Spanschnur und all das Zeug, was man natürlich braucht, ist im Lieferumfang enthalten. So, jetzt ist die Armbrust einmal gespannt, rastet dann auch automatisch in die Safe-Position mit ein. Also auch das ist gut gegeben, du kannst von beiden Seiten entsichern, also für Links- und Rechtshänder gleichermaßen. Praktisch und was ich extrem gut finde, ist, dass man den Pistolen griff da so richtig schön, dass man da so durchgreifen kann. Also das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Gut. Ja, dann spannen wir mal, oder legen den Pfeil, oder bolzen, oder wie auch immer man das sehen will. Ich sage, dass der Pfeil ist, weil er ja Befiederung hat, aber wie auch immer, legen wir ein. Ja, und jetzt können wir loslegen. Ja, und ich habe es wahrscheinlich das letzte Mal vergessen, oder ich weiß sogar, dass ich es vergessen habe. Ich habe die Brille nicht aufgesetzt, die auch im Lieferumfang mit enthalten ist. Ja gut, jetzt ist es so, dass ein einfacher Klick entsichert, und das geht auch sehr, sehr einfach. Hör mal. Es geht ganz, ganz einfach. Und dann kann man da durchschauen, anvisieren, und das ist das Schöne dabei, dass die so leicht ist, dass man sich auch da Zeit lassen kann und nicht, ah, wann schießen wir denn endlich, weil, ich weiß ja nun sowieso. Tja, jetzt beschlagen meine Brillen, ja, jetzt sehe ich das Ziel nicht mehr richtig. Aber da kann man richtig schön halten, und schießen. Natürlich machen wir uns wieder einen Spaß, und zwar, ich habe hier einen schönen Eisblock. Es ist ja alles relativ kalt heute. Den habe ich hier hergestellt, und darauf wollen wir schießen. Also schauen wir her. So dick ist der ungefähr. Da tut sich schon das eine oder andere. Ja, und das Ziel, das will ich jetzt treffen. Ja, da vorne steht jetzt das Ziel, wir nehmen eine normale Feldspitze, also für Übungspfeile zum Sportschießen. Gar kein Brautheide oder irgendwas anderes Böses. Setzen wieder brav die Brille auf. Ja, und dann entsichern. Schießen wir da drauf. Ich bin so gespannt, die wird es zerreißen, wie Putzfetzen. Da hat es gar nichts zerrissen, wie Putzfetzen. Sondern die ist so schnell, dass die einfach durchgefahren ist durch diesen Eisblock hier. Hier gesprengt und einfach durchgeschossen, so wie nichts. Und steckt dann natürlich hier im Pfeilfangsack. Mir ist natürlich klar, dass das in Wahrheit keine echte Distanz für eine Armbrust ist. Ich meine speziell eine Armbrust mit diesen Funktionalitäten und Spezifikationen. Das ist mir bewusst. Heute ist es neblig. Sehr neblig und auch kühl und grausig. Und daher werde ich diesen Weitschusstest hier an der Stelle jetzt machen. Aber ich verspreche dir was. Wenn du jetzt schon ein Abo da gelassen hast, dann mach das. Denn ich werde bei schönerem Wetter einen Weitschusstest machen. Ich weiß ja, dass 50 Meter überhaupt kein Problem sind. Also wirklich null Problem. Auch mit dem klassischen Zielfernrohr. Ich werde dann noch ein besseres montieren. Und habe das Ziel auf 100 Meter zu schießen. Das heißt, lass ein Abo da. Denn das verträgt das Teil auf jeden Fall und macht es auf jeden Fall mit. Das war aber meine erste Vorstellung. Billige Eigenwerbung, das gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Du kannst längere Bolzen und Pfeile verschießen. Mit Broadheads oder ohne Broadheads. Mit Übungspfeilen. Alles rundherum. Ich bin von dem Ding positiv überrascht. Das Design gefällt mir irrsinnig gut. Muss ich wirklich sagen. Extrem leicht. Ich habe das schon hundertmal gesagt. Aber es ist einfach so. Im Vergleich zu einer anderen Armbrust. Im Lieferumfang, wie gesagt, der Köcher mit ein paar Pfeilen dabei. Ein Trageriemen, den man auch montieren, locker montieren kann. Ein Zielfernrohr. Ich glaube, das ist ein vierfaches mal 36 oder mal 32. So irgendwas. Mit so einem russischen Absehen. Dass man auch ein bisschen auf Distanz ein bisschen absehen kann. Alles fix fertig mit einem Wachs. Das ist auf jeden Fall wichtig. Denn ich habe auch das jetzt. Das riecht man nach jedem Schuss. Also einfach die Energie. Weil die Szene hier auf dieser Schiene hin und her fährt. Da ist natürlich dementsprechend Kraft drauf. Deswegen würde ich auch empfehlen, gleich eine Ersatzszene mitzunehmen. Die auch relativ einfach zu wechseln ist. Und ja. Das war es ganz einfach. Wirklich ein sehr sehr schönes Teil von EK. Mag ich dir mal einen Kommentar bitten. Hast du diese Titan? Was ist da deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Gefällt dir das Design? Ja. Schreib einfach was. Da geht es zu mir in den Shop. Da kannst du ein Abo dalassen. Ein anderes Video zum anschauen. Schau mal wirklich vorbei und hol dir alle technischen Daten. Das Ding ist wirklich genial. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Und tschau.